Hey Lieben, heute möchte ich mit euch einmal über unsere wunderschöne Mutter Erde sprechen und über die Natur, die uns geschenkt wurde, um sie liebevoll zu nutzen. Du hast ganz viele Möglichkeiten, um dir Gutes zu tun, vor allem deinem Körper. Und dafür reicht es oft einfach nur ein paar Schritte aus der Haustür raus zu machen und sich mal in die Natur zu begeben. Wir haben so viele Geschenke direkt vor unserer Haustür und viele wissen das gar nicht oder sie nutzen die Möglichkeiten nicht. Leider wird uns auch all das nicht wirklich gelernt. Wenn du zur Schule gehst, wird dir keiner erzählen, komm lass uns mal in den Wald laufen und ich zeige dir mal, welche wunderschönen, tollen Pflanzen wir hier haben, welche Kräuter hier wachsen zum Beispiel und welche du nutzen kannst, um dich gesund zu halten und dir Gutes zu tun mit wundervollen, tollen Nährstoffen, die dir helfen, dein Immunsystem zu stärken zum Beispiel. All dieses Wissen haben wir schon Ewigkeiten in unserer Menschheit. Leider wurde vieles an Wissen, naja, untergraben, zerstört. Die sogenannten Kräuterhexen hat es halt auch schon immer gegeben. Wir wissen, was mit ihnen passiert ist. Man wollte anscheinend hier und da nicht, dass all dieses Wissen im Hier und Jetzt landet. Aber wir wissen, dass alles seinen Weg findet, dahin, wo es hingehört. Und somit bin ich auch dafür da, um wieder darauf hinzuweisen, sich damit zu beschäftigen. Sprich, es gibt viele Möglichkeiten vor Ort, mal Kräuterwanderungen mitzumachen, zum Beispiel Menschen sich zu suchen, die dir das Wissen näher bringen können. An dieser Stelle weise ich auch ganz gerne auf ganz tolle Menschen hin, die genau das tun, und die dir zeigen, wie du mit der Natur im Einklang leben kannst und sie nutzt für dich und deine Zwecke, deine Möglichkeiten, dich gesund zu halten oder gesund zu machen. Es gibt einen ganz tollen Typen und der nennt sich Timo. Falls ihr ihn noch nicht kennt, wird es dringend an der Zeit, ihn kennenzulernen. Er hat auf YouTube und auch auf Instagram zum Beispiel ganz tolle Kanäle. Auf YouTube findet ihr ihn auch unter Timo G. zum Beispiel. Also auf Social-Media-Bereichen wie zum Beispiel Instagram auch. Könnt ihr ihn finden unter vegan unterhaltsam, heißt er dort, glaube ich. Ich werde euch das beides mal verlinken, dass ihr das direkt mal durch einen Klick ganz schnell finden könnt bei mir in meinem Kanal. Also da absolut, falls du es hörst an dieser Stelle, Timo, Grüße gehen raus an dich. Du machst das wunderbar und weiter so. Ja, um einfach mal wieder ein Gefühl zur Natur zu bekommen und zu den Möglichkeiten, die wir haben. Ja, ich selber zum Beispiel sammle auch Kräuter und diese nutze ich auch das ganze Jahr über für meine Zwecke. Das heißt, ich mache daraus zum Beispiel meine Öle. Ich mache daraus Cremes, Balsamen zum Beispiel für Wundheilung oder trockene Stellen am Körper. Und ganz viele Möglichkeiten, die wir haben. Tinkturen. Ja, ich nutze all das auch schon vielfältig für mich. Und ich habe damit das ganze Jahr über halt gute Erfahrungen und kann euch das nur ans Herz legen, euch damit auch mal wieder zu beschäftigen. Ja, wir können so viel selbst machen für uns und unsere Natur hilft uns so sehr. Also nutzt doch die Möglichkeiten. Hinzu kommt, dass es, ich weiß, einigen Menschen so auch manchmal ein bisschen an Geld mangelt, um zu sagen, okay, ich kann mir diese und jene Sachen einfach vielleicht nicht mehr so gut leisten. Und da möchte ich auch wieder Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Es gibt eine ganz tolle Seite im Internet, die nennt sich mundraub.org. Die verlinke ich auch noch einmal hier bei mir in meinem Kanal. Und da möchte ich euch auch darauf hinweisen, dass es öffentliche Plätze gibt hier bei uns im Lande. Und ihr könnt diese aufsuchen, um euch kostenlos zum Beispiel Kastanien zu sammeln oder Obst zum Beispiel zu pflücken und solche Sachen. Selbstverständlich bedarf es auch behutsamen Umgangs mit unserer Natur. Das heißt, hier nicht den Wildraubzug da irgendwie zu starten und alles ist meins und ich teile nicht und ich gehe nicht vernünftig um mit der Natur, mit den Pflanzen und so. Das heißt, da darfst du auch gerne mal behutsam rangehen und auch selbst Hand anlegen und auch mithelfen mal, dass die Natur weiter wachsen und gedeihen kann. Das heißt, wir leben von einem Geben und von einem Nehmen, immer im Einklang zu sein mit unserer Natur. Das heißt, sie gibt uns, also gib du ihr auch, tu ihr auch Gutes dafür, dass sie dich so reich beschenkt und gib was zurück, sofern du kannst. Aber da habt ihr die Möglichkeit auch zu sagen, okay, ich mache zum Beispiel mit Kastanien Waschmittel, eins dieser Beispiele, die ich dann sammle jetzt zum Beispiel in der Zeit und kann dann zum Beispiel auf teures Waschmittel verzichten, was ich im Supermarkt dann nicht mehr kaufen muss oder so. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich selbst zu helfen und dieses Wissen auch weiterzugeben und dafür stehe ich auch und ich finde das ganz wunderbar, wenn sich die Community vernetzt und wenn wir uns da die Hand reichen und uns zeigen, wie wir es besser machen können und welche Alternativen wir haben. Also in dem Fall schaut euch auf jeden Fall mal den Kanal von dem Timo an und diverse andere, die ihr im Internet finden könnt, die ein ganz tolles Wissen weitergeben und euch vorleben und zeigen, wie man es machen kann, falls ihr das selber noch nicht herausgefunden habt. Also packt es an, seht zu, macht euch auf den Weg, nutzt die Natur und all diese tollen Möglichkeiten, die wir haben und teilt euer Wissen, ja, das ist das Schwarmwissen, das sogenannte Schwarmwissen, welches uns hilft, uns gegenseitig dann auch stärker zu machen und uns, ja, das auch verlorene Wissen oftmals wieder weiterzugeben. Also habt noch einen schönen Abend. Ciao.